Xylo-Bionte-Käfer. Die stillen Architekten der Wälder. Untrennbar mit dem Schicksal sterbender Bäume verbunden. Vom vitalen Frischholz bis hin zum zersetzten Mullen. Jede Phase des Holzzerfalls bietet verschiedensten Käferarten ein Zuhause. Entdecken wir die erstaunlichen Überlebensstrategien und die unglaubliche Vielfalt dieser faszinierenden Wesen und entwickeln ein neues Verständnis für das Zusammenspiel von Zerfall und Leben in unserer Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017